Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, es steht geschrieben, anzunehmen bei Seladin, die Schicksalswächterin, in der Heim der Träume, an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmen die Quest jetzt an, nun darf ich diesen Punkt hier anklicken und hier einen Arbeitsauftrag starten, natürlich kann ich auch 2 starten, mehr als 2 geht nicht, die Quest kostet dann halt 1000 Ordens Ressourcen und nicht nur 500, ein einzelner kostet 500. Dann klicke ich auf Arbeitsauftrag starten und die Quest ist dann abzugeben bei Seladin, die Schicksalswächterin, in der Heim der Träume, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten, hoff ich konnte euch helfen, tschau.